Mit zwei Jahren konnte ich ganz normal schon laufen, war komplett gesund, habe einen Mittagsschlaf gemacht und von diesem Mittagsschlaf bin ich mit einer Querschnittslähmung aufgewacht. Ich hatte einfach das große Glück, dass die Lähmung unterhalb der Knie stehen blieb und irgendwann kam bei mir dann die Idee, das Problem einfach abzuschneiden. Ich glaube, das war ein Donnerstag, da bin ich ins Krankenhaus rein und dann hat er zu mir gesagt, so, wie sieht es aus, Dienstag, Amputation. Und dann musste ich schon erst nochmal schlucken.